Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, Samstag ist es wieder soweit. Ich und Jim Hetmes tun wieder Livestream auf seinem Kanal, weil bei mir leider Streaming hat immer noch nicht funktioniert. Aber ich setze immer noch dran, dass es eigentlich klappt. Zur Not muss ich mal zusehen, dass ich irgendwie mir einen Laptop oder so anschaffe und dann muss ich es darüber versuchen. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, Samstag, ich denke mal wieder so 20.15 Uhr auf seinem Kanal. Und ja, ich freue mich, wenn ihr einschaltet und dann würde ich sagen, sehen wir uns Samstag hoffentlich. Dann also, ja, ciao.